willkommen zu diesem spannenden video vom baumeter kanal die firma stil hat eine neue kette rausgebracht und behauptet das wäre total innovation das ist total neu und wir haben voll das patent und so und so fokus pokus und ich möchte hier euch in diesem video erklären warum das die komplette verarsche ist richtig ist dass stil eine kette gebaut hat die gegenüber ihren normalen kanten rund gefeilten ketten zehn prozent mehr leistung wahrscheinlich hat ich habe es nicht ausprobiert aber ich nehme es jetzt mal aus der werbung und das ist richtig weil das was stil jetzt gemacht hat mit dieser ich sag mal säge kette 3 8 rapid hexa rh das ist die typen bezeichnung von stil die das ist eine kantenschliff kette so komme ich drauf weil per definition alles was mit einer rund gefeilt mit einer sorry alles was mit einer vierecks feile dreiecks feile sechskant feile eben mit einer kantigen feile bearbeitet ist in den zahn das ist automatisch ein kantenschliff ja und gibt es ja diese ideologien die behaupten es gibt nur ein winkel der optimal ist alles andere ist geht gar nicht das ist zum beispiel haben wir auch schon mehrfach diskutiert und erklärt bullshit weil wenn ich eine kette haben möchte die aggressiv ist hält die weniger lang wenn ich aber eine kette die weniger die länger halten soll habe dann ist sie nicht so aggressiv diese beiden sachen sind wie die zwei seiten von einer münze das heißt ich kann mir immer nur eine seite der münze angucken obwohl sie beide da sind aber ich kann das ist ja das ist einfach eine tatsache und jeder der was anderes erzählt disqualifiziert sich in seiner expertise weil alles andere ist mal bullshit ja und deswegen hat stil jetzt mit anderen winkeln eine sehr haltbare kette gemacht weil das ist ein schlechter winkel der für nicht so aggressivität oder so aggressiv ist steht er ist nicht ganz so spitz sag jetzt mal so wie das was normalerweise die eigentlichen kantenschliff ketten die ist ja übrigens auch selbst herstellt hat aber wo drin ist jetzt bitte schön die innovation dass ich eine kette mache die mit einer vorher auch schon schlechter abgeschnittene kette vergleiche und die ein bisschen verbessere oder wenn ich die eigentliche kette mit der die verglichen werden müsste ist ja die kantenschliff kette weil das ist dasselbe system was da reingefeiert wird und jetzt funktioniert die aber 20 prozent weniger gut als eine klassische kantenschliff kette so erstmal ist hier marketing schon sind mehrere sachen zu beobachten wo stil absichtlich erst mal einen falschen eindruck erscheinen lässt ja wir haben etwas neues falsch es ist nicht neu wir haben etwas ganz innovatives und das wurde gar patentiert ja es ist nicht innovativ und das patent sagt nichts darüber aus ob es gut ist weil wir können auch schlechtere sachen patentieren lassen von irgendetwas es steht nirgendwo dass es verbessert sein muss sondern es steht nur in den patent richtlinien dass es anders sein muss ich kann und wenn ich jetzt eine rote bommel vorne auf die pfeile drauf mache dann kann ich zum patentamt gehen und sagen ich habe hier eine pfeile mit einer roten bommel die möchte ich patentieren lassen und das patent wird sehr wahrscheinlich auch wenn es schwachsinn ist durchgewunken werden weil keiner bietet eine pfeile mit einer roten bommel an und das ist eine kette mit einer roten bommel ja das heißt das was da drin ist anstatt gleich die richtige kantenschliff kette mit mit dem maximal an wirkung und maximum an haltbarkeit rausrücken da hätten wir nämlich andere winkel machen sie eine die zwar lange hält aber wie gesagt gegenüber der eigentlichen ursprünglichen erfindung aus der 70er jahre nicht mithalten kann ja das ist schon mal das eine das sollte man wissen wenn man sich mit dieser kette beschäftigt warum macht stil das jetzt hier das hätten die doch gar nicht nötig weil die stellen original kanten schliff ketten her nach dem klassischen modell die eben auch entsprechend aggressiv sind ja und da muss ich mal ein paar stories noch erzählen die uns begegnet sind als wir uns mit der ganzen thematik beschäftigt haben wir sind ja zu den händlern gegangen wir sind also wir hatten stil husquana händler aber auch versucht die produzenten direkt anzusprechen und haben uns mit denen unterhalten und diskutiert und immer hieß es also ich kann mich erinnern eine e mail die hatte der händler hier vor ort gekriegt als er gefragt hat ja kantenschliff könnt ihr die mal irgendwie schicken hier ist die nummer weil in der schweiz gibt sie ja unter original stil nur zu kaufen und dann hat das hingeschickt und die haben zurück ja das ist in deutschland verboten und falls er das doch den kunden anbietet dann haftet ihr ja ich meine für welche kette haftet der verkäufer die ja an einen kunden verkauft sie muss natürlich bestimmten richtlinien entsprechen dafür gibt es ja dann prüfzeichen aber das ist ja relativ schnell gemacht aber das jetzt die haftung von einer rund gefeilten kette eine andere wäre wie von einer genau auf derselben maschine bloß mit einer anderen schliff versehenen kantenschliff kette das ist einfach mal juristischer bullshit den man den leuten macht verkauft und damit versucht man ihnen angst zu machen und ich kenne einen haufen die haben sich davon beeindrucken lassen und haben das nicht gemacht wieder andere waren cleverer gewesen die haben verstanden dass dieses angebliche verbot wofür es kein gesetz gibt und übrigens guckt euch im grundgesetz falls es überhaupt noch gilt aber im grundgesetz steht drin keine strafe ohne gesetz das heißt es ist nicht verboten also es ist erlaubt ja nun mal so weil wir haben bei der bg nachgefragt haben sagt sag mal wieso ist dann der kantenschliff verboten wieso ist doch nicht verboten wenn die hersteller etwas herstellen und ihr ce zeichen zum beispiel drauf haben dann sind die natürlich verantwortlich für wir verbieten gar keine industriell gebauten sachen das macht muss der hersteller machen okay also die bg ist schon mal raus die hat nichts mit kantenschliff verboten kommt noch wo kommt das gerücht her mit dem verbot an kantenschliff es kommt daher dass die kfw kuratorium für wald und forstwirtschaft die prüfen ja so materialien und diese materialien da verlassen sich dann zum beispiel staatliche institute drauf ja und die sagen dann wer für uns arbeitet der muss wegen arbeitsschutz diese sachen nehmen weil die sind ja total toll die haben das richtig toll getestet und da wissen wir bescheid das problem bei der ganzen geschichte war natürlich ist so ein running gag also eigentlich so ein treppenwitz weil die kfw hat folgendes gemacht die hat sich eine kette genommen von der von der rolle und hat die verglichen mit einer handgefeilten kette weil sie keine kantenschliff kette von der rolle hat da haben sich schnell mal eine selber gefeilt und natürlich war die kantenschliff kette schon per se schärfer weil sie natürlich mit der hand geschliffen ist ja die meisten von euch die dieses thema kennen und damit lange arbeiten wissen handgeschliffene ketten sind schärfer als die von der rolle so in der schweiz dasselbe ding geht man hin und sagt okay kantenschliff ist jetzt in aller munde jetzt muss man gucken ob sie überhaupt sicher ist und so und nimmt die kette von der rolle und sagt so und kantenschliff kette haben wir nicht da müssen wir eine umfeilen feilen die um auf einmal im moment mal wenn wir die feilen dann müssen wir die anderen auch scharf feilen wir können ja nicht eine stumpfe kette mit einer scharfen vergleichen das ist einfach bullshit schon per se ist das halt dumm und dann hat man die andere nachgefeilt und hat festgestellt dass beide in schnittschutzklasse eins unter den normalwerten also mit kettengeschwindigkeit von 21 meter pro sekunde haben sie schnittschutzklasse eins durchtrennt und dann hat man ja moment mal wenn beide ketten das machen dann brauchen wir gar keine verbieten dann ist das halt quatsch und so kommt das halt dazu dass quasi in der schweiz der kantenschliff erlaubt ist und in deutschland nicht in deutschland war man blöd wie bodenstroh hat überhaupt nichts von seinem mit je verstanden hat fehler gemacht die ein anfänger machen würde in der materialprüfung in der schweiz hat man gerade noch so die kurbel kriegt weil anfangs wollte man nämlich auch so loslegen und dann ist es aufgefallen moment mal wir haben ja das problem alles klar da hat man den fehler korrigiert hier korrigiert man obwohl man die ergebnisse aus der schweiz definitiv kennt nicht die ergebnisse sondern war harter drauf wenn man sich dann noch überlegt dass der kantenschliff allgemein für den vollmeißel entwickelt wurde dann fragt man sich natürlich wessen geistige kind hier unterwegs war als das ding rüber gekommen ist aus amerika da nicht mitzukriegen okay die kantenschliff kette oder schliff gehört auf die vollmeißel ja die rund gefeilte war für die halbmeißel gedacht das sind die zusammenhänge und man hat es bis heute nicht korrigiert und macht sogar noch aus diesen wirklich fehler macht man noch eine tugend und sagt ja das ist halt sicherer mein mutter ist immer greift nicht in eine rund gefeilte kette wenn sie läuft greift nicht in eine kantengefeilte kette wenn sie läuft beides geht einfach nicht gut aus ja haltet euch an die normalen arbeitsschutzrichtlinien und da wird mit kantenschliff genauso wenig passieren wie mit rund gefeilt nur dass ihr beim kantenschliff eine größere schnittgeschwindigkeit kriegt ihr lauft die läuft ruhiger und hält auch länger und gegen die fasern also mit den fasern ist sie auch zuverlässiger das heißt gerade wurzelbereich hat sie da riesen vorteile und was soll ich sagen stil wirbt genau mit diesen eigenschaften für ihre schlecht gemachte kantenschliff kette die hexa säge kette ja das einzige was ich da noch nachvollziehen kann ist dass man jetzt mit einer mit einem gleichzeit gleichmäßigen hexagon sozusagen eine pfeile hat wo man nicht mit dem winkel irgendein problem hat weil da kann man sich schön orientieren an der unteren an brustwinkel und keine ahnung was und es kommt immer dasselbe raus das ist richtig das ist einfacher weil mit einer flachen sechskant pfeile hat natürlich ein problem ich kann viele winkel einnehmen aber das auch gleichzeitig ein vorteil ich kann auch den winkel nehmen wo ich sage ich will es mal ein bisschen schärfer haben ich will es mal ein bisschen länger haltbar haben das kann ich dann variieren wenn ich das verstanden habe wie es geht aber das problem ist einfach mal dass für mich immer deutlicher wird stil hat keinen bock darauf geld in der hand zu nehmen mal wahre innovationen zu bringen die haben keinen bock darauf neue sachen auszuprobieren und die auch einen start zu bringen und den arsch in der hose zu haben auch zu sagen wenn jetzt wieder einer kommt das ist ja verboten dann den zu erklären ich meine die haben anwälte das geld ist ja keine keine rolle der könnte ihnen das locker erklären es gibt kein verbot also was redest du hier jetzt kommen wir wieder zu dir ja vielleicht hast du mit kugelschreiber erfahrung aber definitiv nicht mit kettensägen und schon gar nicht mit mit ketten ja weil sonst würde es nicht so einen scheiß von dir geben aber offensichtlich sind sie nicht daran interessiert wirklich innovativ zu sein weil dann würde sowas nicht bei rauskommen für den hobby anwender super ja weil der kann jetzt im kantenschliff ein bisschen entschärft nutzen ja und hat ein paar vorteile die durchaus nutzen kann aber jetzt mal zu der denke die dahinter steht die ja völlig bescheuert ist ja weil stil geht ja davon aus so haben sie so sehr auch geschrieben dass das verboten ist deswegen dürfen wir kein kantenschliff machen weil ja schnitt schlussklasse 1 mit kettengeschwindigkeit von 21 meter pro sekunde durchtrennt den halten jetzt frage ich euch mal wenn eine normal gefeilte kette gerade so von schnittschlussklasse 1 aufgehalten wird ja dann würde doch eine kette die zehn prozent mehr leistung hat und so damit werben sie ja sie zeigen ja ein bild wo halt zwei motorsägen durchs holt gehen die eine ist ein bisschen früher fett und schreibe zehn prozent mehr leistung würde dann nicht diese kette auch den schnittschlussklasse 1 durchtrennen natürlich würde sie das also ist dieses argument weil der das durchtrennt schon mal total schwachsinnig schwachsinnig ich muss das einfach betonen weil sonst fällt es ja keinem auf hier es ist sowieso hirnrissig wie die ganzen schnittschutzklassen mittlerweile klassifiziert werden und mit was wie man sich da in die taschen hügt weil die ob das husqana ist die wegen mir auch dolma oder makita da gibt es ja maschinen die haben so eine hohe kettengeschwindigkeit dann nützt die schnittschlussklasse 1 gar nicht sondern so ein waldarbeiter im bayerischen staatsforst der dürfte ja gar nicht die 500i zum beispiel benutzen weil so einen dicken lappen kann sie ja nicht anziehen der die aufhält ja das heißt du musst wahrscheinlich zwei schnittschutz dinger überziehen um dem gerecht zu werden macht keiner weil es bullshit ist ja letztendlich wenn man der schnittschutz ist ja wirklich nur darum wenn man jetzt ausrutscht und man verliert die säge und die gleitet noch laufend rein aber doch nicht weil jemand segend damit irgendwo reingeht das ist überhaupt nicht dafür gedacht dafür sind ja die anderen arbeitsnormen und arbeitsrichtlinien gedacht dass wir eben nicht in die verlegenheit kommen dass uns die maschine abhaut und irgendwo rein marschiert ja also aber wie gesagt stil schießt seine eigenen argumentationen die sie uns gegenüber geäußert haben über die händler und auch persönlich schießen sich selber ans bein weil sie jetzt was rausbringen und sie denken es kriegt keiner mit weil sie dem ding einen anderen namen geben und aber sie bieten es fachleuten an sie bieten sagen das ist für profis im wald und forst die sich dann teilweise mit kantenschliff auseinandersetzt haben die gucken sich an und denken jetzt verarschen die uns aber richtig jetzt verarschen uns aber richtig ja weil jeder der mit normalen kantenschliff im wald angefangen hat der wird dann nicht auf so ein schlechtes material umsteigen bloß einer ja das ist erlaubt ja die anderen sind genauso erlaubt ja und das ist die frechheit die jetzt hier in diesem produkt wieder zu erkennen ist man verarscht die leute indem man ihnen suggeriert wir haben hier voll die forschung gemacht wir haben hier richtig geld reingesteckt die brauchen kein geld reinstecken die brauchen bloß ihre wahren ströme mal kurz umleiten aus der schweiz nach deutschland und ihre ganzen ketten die sie sowieso schon haben auch hier verkaufen mehr erwarten wir gar nicht weil so müssen wir uns mühselig aus der schweiz aus amerika oder händler wenn die das aus diesen ländern dann holen ran bringen ja was soll der scheiß habt ihr mal an die umwelt gedacht ja die ketten könnt ihr nicht mehr verhindern die werden hier benutzt ja und jetzt haben wir nach corona wird jetzt das nächste ding sein klimawandel und warenströme und jetzt nötigst die uns diese ketten von sonst woher zu holen weil sie unter falschen gesichtspunkten diese ketten die einfach nicht einführen wollen was soll der scheiß ja macht umweltschutz hört auf mit diesen scheinen innovationen schickt die sachen hier rüber punkt gibt es euren händlern und hört auf denen so einen scheiß zu erzählen ja dann werden schon alle zufrieden und dann braucht ihr nicht ankommen und da wir haben ja voll was neues ihr habt nichts neues das ist bullshit das kann amateur super nutzen jemand der was besseres hat wird sich nicht wieder auf sowas einlassen wer kommt dann auf seine ideen also wahrscheinlich wir machen mal was ganz neues wir bringen extra feile raus mit der wir was machen können was eigentlich haben wir vorher gesagt total verboten ist aber jetzt da kriegen ja nicht mit und dann schneit die besser dann sind wir die coolen ja das sind mit dem x-cut hier von 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 husqvarna ja das können wir auch ja dann machen auch was ähnliches und aber wir machen es besser wer tut als ob wir so einen kantenschliff nicht machen und das ist zum nächsten mal